warte mal so klub ja alter warum gewittert das eigentlich schon wieder ich kann mich auch alleine verarschen habt ihr in folge 120 gemerkt keine ahnung mehr welches war dieser sarkasmus alter das sarkasmus level war da so hoch krass ist fast sommer es ist um acht und es ist immer noch hell du idiot kommst mit so du auch wieder egal ob ich dich mit der spitzhack abtragen muss da ich sehe schon wieder kohle legt mich so hier mache ich tot ja genau komm ist egal interessiert mich gar nicht mehr okay es ist es ist es ist gerade zum mäuse milken da war es hallo achso und was was sag mal was ist das dein scheiß verkackter fucking scheiß mist ernst alter wirklich jetzt ohne scheiße ist das ist das ist alter ich das kann doch nicht sein was soll denn das ist das dein fucking ernst ich mein wieso was und warum ich denke hier jedes mal ich finde gleich diamanten und ich bin hier kurz vorm tageslicht ich alter wo was wie das ist das ist das das also das ist ich kann alter ich kann nicht mehr atmen eh das ist alter alter das ist doch nicht dein ernst dass das das alter schwede wie scheiße da ist hier ein loch und ich habe gerade das bedürfnis da rein zu springen das kann es doch nicht sein ach nein 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 ich meine warum ah leute ja es ist okay okay ja 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 geht klar okay so okay ich habe gerade mit meinem kopf geredet der da meinte ich muss ruhiger werden ich muss viel ruhiger werden und weiß jetzt ist hopfen und malz sowieso verloren ich gehe jetzt hier runter ich mache es ja ja okay ich mache es warum frag mich nicht aber ich mache es ich dachte gerade ich habe keine stücke mehr was achso ja geht ja wieder nicht wegen diesem scheiß hier komm jetzt habe ich jetzt habe ich wirklich alle stücke verjubelt ach wie hohl ja wie hohl bin ich denn eigentlich ey echt wie doof kann ein mensch sein ja es geht natürlich da wieder nach unten und leck mich am alter alter nein nein stopp ich mache nicht mehr ich will nicht mehr nein ich mache das nicht ich mache das nicht ich weigere mich so da habt ihr da ich mag ich will nicht da ich mag ich will nicht komm hör auf jetzt was 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 nein ach komm Süß, ne? Ach. Ach, komm. Komm. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich will gerade nicht sprechen. Ich will diesen bemosten Pflasterstein hier mitnehmen. Es ist so. Damit können wir so viele schöne Sachen bauen. Scheiß auf die Kohle. Ja, hier kommen. Oh Mann, ey. Ja, 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 ja. Ah, ich, Alter, das ist, das verkraften meine Nerven doch gar nicht mehr, ey. Scheiß auf die Kohle, echt. Ich nehme die nicht mit. Ich nehme die nicht mehr mit. Nicht heute, nicht irgendwann. Gar nicht. Du baue dich doch nicht wieder dahin, wenn ich die schon abgetragen habe, du Fotzenkörper, ey. Entschuldigung, ey, jetzt ist, ey, Entschuldigung, wirklich. Ah, ich bin gerade so am Ende, ich will nicht mehr. So, jetzt haben wir hier, danke. Oh, es ist, Entschuldigung, wirklich gerade, ey, das tut mir leid. Oh, die Blume, weißt du, die Blume. Musst du die Blume unbedingt mitnehmen, ne? Aber das Brot würde ich natürlich auch trotzdem gerne mitnehmen. Was hauen wir denn jetzt hier raus? Oh, Scheiß auf Feuerstein. Scheiß, Scheiß auf hier, ne? Nimm das Brot mit und lass, lass den Scheiß hinter dir jetzt hier. Weg, weg. Nichts wie weg. Nehmen wir das Eisen noch mit und dann gehe ich ins Lagerhaus. Ich habe die Faxen dicke. Ich muss dann die nächsten Folgen wieder aus anderes machen. Ich kann keine Höhlen mehr sehen. Ich habe eine Phobie. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.